Findest du das Gameplay besser auf der PS5? Was zur Hölle war das denn? Was zur Hölle? Was, was, was? War das, das muss Absicht gewesen sein, oder? Also... Das war Absicht, oder nicht? Oder war das ein Bug? Hat das jemand jetzt gesehen? Ich habe rüber gesehen zum Chat. Er macht die nicht! Er macht die nicht! Och, er hat genau geahnt, Junge, und er... Ich mach das, ey, dieses Spiel macht mich verrückt, was macht der, ey? Oh, geht's! Neymar! Neymar! What the fuck? Was ist los hier, was ist los? Was ist kaputt hier? Aber Risiko... Hä? Was? 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 Nein, nein, nein! Nein! Einfach nein! Es ist so lächerlich, ihr eSports! Mein Spieler im Mittelfeld nimmt nicht den Ball an, und dann drückt... Ich kann mir das heute nicht mehr geben! Es passiert nix, der Geist! Es ist ein Frankie de Jong! Muss dir mal vorstellen! Nix passiert! Nix hier! Torwart, auch Fehler! Torwart, nochmal Fehler! Oh Gott! Liegt mich immer noch aus! Let's go! Einfach Messi als Ersten! Wenn jetzt auch hier Ronaldo und Mbappé kommt, oder Ronaldo und Neymar! Hahahaha! Alter, wie... Um und Ball, Bruder, um und Ball, um und Ball! Oh mein Gott, was denn passt! Nein! Perfekt! Uhuu! Hahahaha! Oh! Nichts mit Akunya zu tun! Nothing with Acuna to do Nothing with Acuna to do Oh mein Wer ist das denn? Oh mein Gott Oh mein Gott Der ist drin Achtet vorne rechts Oh Kriegen wir Den haben wir schon mal gemacht Ihr erinnert euch vor ein paar Folgen Der ist so krass dieser Abschlag Messi Willkommen kommt deiner Das ist Zidane Als AKU gegeben Zidane Ach du Scheiße Was war das denn? Das ist zu krank Das kannst du niemandem erzählen Das kannst du niemandem erzählen Was macht Yashin da? Heute ist es so schlecht So bodenlos Ja komm Ach komm Leck mich doch am Arsch Was eine Scheiße Und der hat schon Jetzt schon Fährt Let's go Nice Bruder Gehs mit Toggi Gehs mit Toggi Gehs mit Toggi Dinger was mach ich hier Wenn du es hiervon nicht machst Machs mit Toggi Machs mit Toggi Machs mit Toggi Oh mein Gott Bro Warum Warum kriegt ihr denn einfach die 98er Messi LOL Fuck Ich habe jetzt mal Ronaldo vorne hingepackt Weil da ist er einfach ein Meister Weißt du du kannst Spieler bringen wie viel du willst Dann kommt Cristiano Ronaldo vorne und zeigt wie es geht Ja magst du es nicht Dann musst du zu kuchen Hm? Ich muss in völlem Warum Ja dann Moments die äh die äh Schuhe So jetzt Ja Dann einfach mal bitte ein Clip haben Was sie da gerade gesagt hat Machen wir mal auf Nicht schlecht Ist definitiv nicht schlecht Oh Gott Oh Gott Es ist so dämlich Es ist so dämlich Danke Mein Wochenende war sehr gut Sehr sehr gut Alles bestens Komm bitte mach den Ja wohl Ich liebe es Da brauchen wir auch nie in die Verlängerung gehen Es reicht bitte Bitte Boah Stark Perfekt Geht mal ein Walkout Schon wieder ein 82er aus dem 100k Pack Ja mach ich Schon wieder einfach ein Ein und Ein 81er aus dem 100k Pack Ein und 80er Ein und 80er Packwahrscheinlichkeit anzeigen Packwahrscheinlichkeit anzeigen 99% 82 plus Spieler 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 23 23 23